Heute wünsche ich euch frohe Weihnachten. Ich hoffe der AbilityTube Adventkalender hier auf YouTube hat euch gefallen und ihr habt ein paar neue interessante Kanäle entdeckt. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann folgt mir bitte hier auf YouTube, solltet ihr das noch nicht machen, und auf meinen anderen Kanälen. Ich wünsche euch eine frohe, besinnliche Zeit mit eurem Liebsten, kommt gut ins neue Jahr rüber und lasst mich bitte hier in den Kommentaren wissen, ob sich das Reinschauen wirklich gelohnt hat.